Und wir vom KPE, vom Kasseler Pyramiden Ensemble, sind auch wieder mit dabei. Hier kann man lauschen, Glühwein trinken, Bratwurst essen und wir spielen da oben auf der größten begehbaren Pyramide, Weihnachtspyramide der Welt. Also den Kerzenstand hier und auch alle anderen Stände, also es gibt nicht nur hier den Kerzenstand, sondern wir betreiben auch den Kerzenstand am Friefisplatz, genauso den Honig-Med-Stand hier am Königsplatz, dann haben wir noch einen Stand im Dez und es gibt schon viele Jahre hier, ich persönlich bin schon drei Jahre dabei, es ist jedes Jahr wieder wunderschön, es gibt immer wieder neue Sachen auch bei uns zu entdecken. Und gerade auch dieses Jahr gibt es auch mal, ich würde sagen, vieles Neues zu entdecken, auch für die älteren Leute, also viele Junge, die immer Geschenke gesucht haben, so für Oma, Opa, wenn auch dieses Jahr fündig bei uns werden. Wir haben holzgeschnitzte Figuren, sowohl Krippenfiguren als auch Madonnen. Wir sind schon seit 25 Jahren auf diesem Markt, wir haben sehr viele Sammlerkunden, freuen uns aber auch über jeden neuen Kunden. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.